hey ho leute und willkommen zu einer neuen folge nämlich zu porten zwei und wir haben letzten part aufgehört da wo glados auferstanden ist und wir sie getötet haben hat sie gesagt wir fallen ok ladebildschirm ladebildschirm klar es hat uns jetzt runter fallen lassen und wir fallen jetzt runter okay wir fallen wir fallen aufpassen aufpassen als ob die das alle überlebt hat entschuldigung dass die bahn ist vorbei läuft okay wir müssen jetzt lang so okay okay gut zu wissen dass klar uns nicht das für dich holen weißt du welche lektion die wichtigste ist die ich durch dich gelernt habe ich habe meine bokebox sprecherfunktion inspekt im falle eines lokalausfalls bleiben die letzten zwei minuten meines lebens erhalten okay ich konnte musste deine mord an mir wieder und wieder durchliegen andauern ähm leute ähm wir müssen jetzt wohl lang ähm wir müssen dass ich jetzt gerade zu dumm bin um das zu checken wir haben so viel zu tun und nur noch 60 jahre dafür übrig im entfall mir liegen die genauen statistiken nicht vor ach so dort hinten nahe lang äh sieht schon ein bisschen eklig aus naja nicht eklig sind der roboter teile und da ist eine kamera okay danke dass zweckräumst und ja morgen wird ein microsoft part rauskommen als microsoft 3 und ja und ja wir werden erstmal zu weitermachen und morgen gibt es dann halt noch ein video ja teil zwei der kalt kalt start ok der kalt start voller tüttliche laser war ok laser muss ich das hinschießen ich bin es ganz blind also sorry ich habe schon die idee es kommt unter stimmte auf und schießt das ganze dann nach oben so viel test okay wir machen die fast 2 sind noch nie gestorben bis jetzt und ja lasst uns weiter machen okay ist ja alles richtig alt und kaputt und verrostet der ist aber ziemlich kaputt und was noch jetzt damit hier rein okay jetzt muss ich hier nichts mit portal machen doch muss ich so früh gefreut ok ich bin einfach zu schlecht heute schlechtes gaming habe ich auf ja so ist das da ist das ding ok ein schrecklicher mensch sie hat mich bereidigt ok jetzt machen wir erstmal weiter das hat sie nicht gesagt boah alter ist die krass boah die dis der jeden alter boah das war ein heftiger dis muss ich dir aber sagen das ist der tausend mal boah oh hoops hoops zack was hat es jetzt gebracht was hat es jetzt gebracht war naja 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 wieso ist es jetzt weg so jetzt warum ist das jetzt weg so weiß und das schickte ich jetzt bin ich jetzt dafür anscheinend wohl ja also wie die mich ist alter musste man jetzt hinterfund so ja so gut wenn ich ein paar von zugelegt habe ok ich und zerstören passt passt perfekt das war es auch mit diesem part von portal 2 und dann will ich noch mal sagen wir sehen uns im nächsten part und dann würde ich sagen ciao ciao ciao